Das traue ich mich gar nicht sagen, auf die Distanz. Der untere ist ein Gegner. Hier auf den untersten Kontakt, der da reinsteigt. Willst du auf den oberen? Ja, der da dran hängt. Stimmt, da ist noch einer da unter. Genau. Und nochmal macht den Flippidi-Flop. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt getroffen habe. Vorhalt war gut, aber irgendwie... Einer ist raus. Eine Jack drückt an. Auf die gehe ich. Hä? WTF, eine Jack ist verschwunden. Äh, ich sehe nur noch die 190 grad runter geht. Ja, eine Jack ist grad dies geworden irgendwie. Kontakt auf meiner einen Motiv. Ah ja, sehe ich, sehe ich. So, wenn wir das schlau machen, dann sehe ich es nicht. Noch ein Kontakt, zwei Kontakte. Ein Kontakt noch weiter davor, am Ende vom Wolkenloch. Ja, genau, den meine ich. Und davor ist auch noch einer. Da ist direkt... Ah, ich so, ja, ja. Mitten in der Wolke. Mitten im Wolkenloch ist noch ein Kontakt. Da fliegt noch einer drüber. Auf Gegenkurs. Nee. Nee, nee, okay. Ja, zwei Kontakte. Richtig. Ähm. Welchen magst du denn? Ich gehe den unteren an, in der Hoffnung, dass der oberen mich nicht sieht. Wenn er mich sieht, stört sich durch. Boah, wie flack hier. Hier, die sehen uns. Also der untere sieht mich auf jeden Fall, guckt rum. Ich gehe hoch. Vorsicht, der Hohle geht auch auf dich. Ja. Wie denn? Ja, ich stürze meinen. Er zieht dir hinterher, aber der ist weit weg. Der kommt nicht mit. Oh, irgendwas schießt. Ach, das ist die Flak da oben. Das ist die Flak. Direkt wie beim Airfield. Vorsicht, der andere kommt auch rum. Bleib schnell. Ja, ich zickert vertikal. Ich gehe jetzt auf den hinteren. Der ist quasi hinter dir herkurvt im weitesten Sinne. Ja, ich bin frei. Jetzt ist es auf dem. Ja. Oh, ich gehe auf den anderen. Der drifft an. Ich habe geschossen, aber ich habe nicht getroffen. Auf Vorsicht, der andere kommt auf dich, glaube ich. Aber er sollte nicht genug Energie haben, um dir nachzuziehen. Ich sehe, dass der Weg geht. Ah ja, jetzt geht's. Okay, ja, gut. Ich gehe den mal an. Wir haben hier aber extrem viel Flak. Ne, das mache ich nicht. Ich will jetzt nicht übers Feld ziehen. Ich bin von der Flak getroffen worden. Gun damage. Fuel tanking. First engine damage. Gut, ich zieh mich raus. Ja, ich gebe die Decken. Wir haben uns in zwei Jäger. Oh ja, das sind wir noch ordentlich. Ja, ich bin ordentlich, ordentlich angeschossen. Okay, dann müssen wir uns mal nach Hause. Ja, das ist krass. Okay, dann mache ich mal die Klappenholz. Ich bin in Kontakt aber. 169. Ich bin jetzt im inneren Flug. Ich bin jetzt im inneren Flug. Okay, ich bin down. Okay, ich bin down. Oh, was ist das für ein Flugfeld da eigentlich? Der Skowatke. Hier sind zwei Feindkontakte unter den Wolken. Ah ja, ich sehe es. Zwei Feindkontakte. Ich sehe es. Der, den du angeschossen hast, versuch dir nachzusteigen und schießen. Ja, scheiße. Fuck. Zieh ihn, bitte. Ich komme hinten ran, schnell. Fuck. Ja. Ja. Ausleveln war nicht so sehr andrücklich. Ich komme jetzt dahinter rein, schnell. Zehn Sekunden noch. Scheiße, der schießt mir hinterher. Der trippt mich gleich, wenn es so weiter geht. Ich habe ihn noch auf so einen Ruder gegeben. Ah, er ist weggebrochen. Danke. Boah, den Wolken schießen ist auch irgendwie scheiße. Ich habe überhaupt keinen Anhaltspunkt, ob man richtig zielt oder nicht. Ja. Ich habe keine Sicht. Ich habe Sicht auf dich, aber nicht auf den Jäger. Freijäger. Ich gehe mal runter. Weil die mich jetzt auch eigentlich nicht sehen können. Ah ja, ich sehe den einen. Da stütze ich auch drauf. Der ist relativ langsam jetzt gerade. Kurbeln hier irgendwie. Ah, jetzt habe ich ihn verloren leider. Ah, hier wird ein Bomber beschossen gerade. Blättert gerade in die Wolken. Abschuss. Ah, sehr schön. Dem habe ich auch drauf gegeben. Aber irgendwie hat sie nicht so recht gejuckt. Noch einer hier. Der Bomber ist gerade aufgesessen. Wo ist der andere? Ich bin tot. Ich habe den jetzt komplett zerschossen. Der eine ist ja reingegangen. Ja, ja. Der andere. Den habe ich komplett zerschossen gerade. Ich bin gerade wieder übers Feld. Strafe glaube ich nochmal. Aber ich glaube, der geht rein. Ja. Der hat den Bomber versucht zu strafen. Ja. Warte mal. Vorsicht, da ist noch ein Jäger. Noch ein Feindjäger. Den hole ich mir. Ja. Geht jetzt auf den anderen Bomber, den er da herum düst. Da ist noch eine Heinkel in der Luft. Naja, ja. Okay. Oh, den hat es aber auch nicht. Ah, der brennt schon. Vorsicht, ihr folgt irgendwas, glaube ich. Na, ich bin gerade über der LR5. Ja, ich zieh den mal rein. Fuck. Ich habe mich getroffen. Ich glaube, du hast mich gerade getroffen. Ich habe gerade einen MG-Treffer, glaube ich, bekommen. Oh. Das tut mir leid. Okay, ich komme von oben wieder rein. Fuck. Ich hänge am Prop irgendwie. Kann ich das machen gerade? Raucht. Ich habe mir noch was drauf gegeben. Vorsicht, hängt ihr? Ja, der komplett zerschossene Flügel, aber... Ja, okay. Hat irgendwas passiert? Ich gehe wieder rum, gehe auf ihn. Ja, ich auch gleich. Dahinter. Dahinter. Dahinter dir. Ich komme von seiner neuen... Also von seiner linken Seite rein. Ich kann mir jetzt gleich schießen. Ich weiß nicht, dass du da rankommst. Oh. Da ist noch eine. Draufgegeben. Bis drin. Oh. What? Mir hat's... What? Mir hat's das Heck abgerissen. What the fuck? Ja, ich weiß nicht. Oh. Ja, ich sehe da... Oh nein. Nein. Es ist ein Bomber. Ja. Ich möchte das nicht. Nichts. Ich bin zu jung. Hä? Das ist eine Sturmowick. Das... Alter! Okay, ich bin gefickt. Das ist gerade eine Bombe. Ja. Und tschüss. Ich fürchte, das war Sieber, der Wichser. In der Sturmowick? Ja. Ich habe einen Abschluss bekommen. Alter. Warte mal. Okay, er hat's ordentlich kassiert. Boah, die Flak hier. Wahnsinn. Ja, leider zehn Minuten zu spät, wenn du nicht fragst. Weißt du, weißt du, ein Krater. Ein Krater. Rate mal, wer drin liegt. Ja? Der hatte eine Bombe, der Arsch. Ah. Der Sturmowick ist drin. Ich scheiße die Wand an, ey. Was ist denn das jetzt hier für eine Malade? Die sind... Eins, zwei, drei, vier, fünf... Sechs... What? Oh, da feiert was. Alter! 609er, ja? Und ganz hinten kommt eine Mick und schießt alle kaputt. Das ist doch ein Witz, alter. Was ist das denn für Idioten? Da ist gerade eine Mick durchgejagt, hat zwei erwischt und der dritte hat sich weggestoilt. Aus Panik. Alter. Geht die Mick grad hoch? Ja. Genau. Okay, dann seh ich die. Ja, ja, seh ich. Kletter dir mal hinterher. Ja, ja, ich bin hinter ihm. Was war denn das für eine Aktion, ey, dass der da durchgekommen ist? Wir sind in der Luft. Oh, die Schlag... Meins aber auch wieder ernst hier. Ähm, sag mir bitte, wenn er wieder rumkommt. Das ist ne Jacke übrigens. Ja, okay. Okay. Ich zieh's ihm ab. Oh. Siehst du gerade? Ja. Mach ihn weg. Oder sie. Man weiß ja nie. Oh, weg ist die Maschine. Ohiuiuiui, wer schießt denn da noch? Alle. Ja, da geht er runter. Oh, Fallschirm! 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 Oh oh! Äh... Schieß mal auf den Fallschirm, dann wissen wir gleich wer das ist. Ich hab die Fallschirm gerade mit dem Bügel angeklickt, aber der Fallschirm hat kein Kollisionsmodell. Er geht aber runter grad. Fallschirm geht grad runter. Also... Kaputt. Echt jetzt? Ja. Oh. Klatscht gleich auf. Scheiße. Es tut mir leid, wer wo du bist. Äh... Weißt du was? Ich lande und starte nochmal, weil ich hab jetzt schon relativ viel Munition verballert. Mein BOS eben ist heute nicht so ganz on top. Okay. Ich... Okay, ich geh wieder unter die Wolken und mach ein paar Kreise. Also ich warte auf dich sozusagen. Ja, wen hab ich denn jetzt umgebracht? Naja, ein Strafer hab ich umgebracht, deswegen ist es nicht so schlimm. Ja, Strafer sind keine richtigen Menschen. Genau. Äh, steht aber, keiner wird angegriffen. Also auf der Karte ist es angezeigt. Okay. Vorsicht vor dem Wolkenloch. Ja, wieder Flak. Da kommt was durch. Wieder ne Sturmo. Ja. Liegt da. Wer hat mit mir? Wird schon geschossen? Ja, ich hab geschossen. Komm, dahinter rein. Geht's mir jetzt auch dahinter? Wow. Okay, der ist weg. Nein, lass es. Doch. Ha. Das Spiel hat gerichtet. Oh, das ist ein Feind. Oh, jetzt seh ich dich. Aber ich überhol dich. Haha. Ich glaub der ist tot. Das sieht mir nicht so aus, ne. Ja, der fliegt noch. Ich geh nochmal drauf. Auf. Auf was ich dir kommt jetzt alle... Wie kommen jetzt alle drei hinter dem rein? Was war das überhaupt, eine LR? LR5, ja. Da dachte er. Ja. Nochmal drauf gegeben. Wir machen hier unseren eigenen kleinen Gangbang. Oh, der hat irgendwas... Irgendwas hat er verloren. Äh... Er geht wieder runter. Ich bin dahinter. Ja, ich auch. Hat aber nichts wichtiges zu sein bisher. Vielleicht das Cockpit doch. Ich weiß es nicht. Ich bin noch immer dahinter. Nee, nee. Ein kleines Stück vom Heck. Teil des hinten. Irgendwo das. Da kommt auch noch... ...Ather dazu. Simon hat aufgegeben. Ja, auch nochmal. Wow, die hat voll geneckt. Jetzt ist er abgesprungen. Ja, der hat jetzt auch viele Stücke für... Ah! Sehr freundlich. Haha. Der, der am wenigsten getroffen hat. Na gut. Herzlichen Wunsch. Ja. Ist auf jeden Fall im Bom. War auf meiner... ...elf Uhr niedrig. Richtung der Stadt. Der Stadt? Also ich sehe die große Stadt. Hat das noch davor? Äh, fast darüber. Hier meine Land leider. Ich drück mal an drauf. Das sind zwei Kontakte. Äh, oh. Ja. Da hat gerade irgendwas gestraft. Diese dreieckige Stadt? Nee, 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 nee. Die größere bei den Depots schon. Da hat irgendwas bei den Depots gerade gestraft. Und irgendwas... Ich glaube, darunter ist eine Peschka, die gerade aufgeworfen hat. Ja. Ja, ich sehe es. Peschka zieht wieder hoch. Geh du auf den Jäger. Dann nehme ich die Peschka. Okay. Oh, oh. IFA und Peschkas. Viel Glück. Ja, ja. Ja, aber ich bin halt am besten dafür ausgerüstet, ne? Ja. Ja. Get fucked. Der ist ja weg. Fliegel ab. Vorredo. Äh, das sind jetzt drei Kontakte. Aufpassen, ich weiß nicht. Vier Kontakte. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ja, ich habe hier schon Russen. Wir sind bei den Depots. Ja, 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 ja. Welche Höhe? Ähm, 25. Viktor, ich komme dazu. Welche Flugrichtung ungefähr? Ich fliege gerade über die Depots. Dann fange ich ab. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Oh, du hast vier Kontakte hinter dir. Holy shit. Oder? Nein, du bist hinter der Peschka, gell? Ja. Ich weiß nicht, du hast einen nah an dir dran. Ja, ja, ja. Ich wollte jetzt die Peschka angreifen, den aber nicht, weil er so komisch angedrückt hat. Ja, kann ich nichts machen. Der ist natürlich mal wieder genauso schnell wie ich. Kurbelei. Äh, ist das eine Kurbelei oder zieht ihr euch irgendwo hin? Ja, ich ziehe gerade. Ich mache gerade Spambrows. Da kommen noch mehr. Bist du wahnsinnig. Das... Da kommt jetzt einiges zusammen. Hab, hab einen ausmanövriert. Äh, noch, noch zwei. Ja, komm. Oh ja, ich sehe es. Alter. Ja, ganz ehrlich. Okay, ja. Ja, das ist viel. Eine Situation, ja. Von unserem Flugfeld ist außerdem noch eine weitere 190 mit einer Jacke im Schlepptor gekommen. Äh, ist halt nur die gleiche Gangbang-Scheiße. Wie man auf diesem Wichser war, ja. Ey, sogar mit zehn Spielern, ne? Das ist unglaublich. Er ist einfach behindert. Ganz ehrlich. Ja. Es hat immer die gleiche Kacke. Immer. Wo bist du? Ähm, ich versuche gerade hier einen herauszupicken. Ich bin jetzt über den ganzen... Ja, ich auch. Ähm, da gehen zwei gerade, glaube ich, eine an. Zwei Yaks oder was? Eine 190. Ja, kann sein. Ich schau mal, dass ich dem helfen kann. Oh, einer raucht. Ah, ist die Peschka. Ja. Du schießt gerade. Wenn du gerade geschossen hast, kriegst du jetzt ordentlich sechs. Nein, nein, nein. Ich sehe hier drei Yaks hinter einer 109. Da steigen drei Yaks, glaube ich, in einer 109. Ja. Drei ist gut. Fünf. Äh, bist du gerade hinten? Ja, ja, ja. Ich steige gerade in eine Jagd. Die ist gerade schießt. Hinter dir ist eine LR5. Hab den ordentlich zerfickt. Raucht. Stark. Ähm. Ich steige mit Volllast weiter. Hier auf eine LR5. Ja, ich sehe dich. Du hast mich gerade passiert. Ich glaube, ich bin jetzt, oder ich hoffe, ich bin der Höchste jetzt gerade. Ja, bist du. Das sind ja noch mindestens zwei LR3 Yaks. Ja, ja, zwei. Ne, ich glaube sogar drei und eine LR5. Also halt alle. Ja, und vor allem die, die an mir dran waren, die waren tiefer als ich. Aber weil ich halt in einer Focke Wolf bin, waren die trotzdem genauso schnell. Ja. Das ist ein Kotzen in dem Ding, ganz ehrlich. Ich lass es einfach. Ja, 190. Wenn du Co-Energy bist, bist du einfach tot. Ich war ja nicht mal Co-Energy. Das ist ja der Witz. Die kommen ja trotzdem dran. Watt, die Peschka fliegt noch immer. WTF? Liehst du über eine Lisa gerade, Karaya? Äh, ja. Ich sehe, glaube ich, eine 109 unter mir in der Lisa. Bist du das? Nee. Davor ist ein Gegner. Da sind mehrere Gegner noch. Aber nein, das ist ein Gegner. Ja, ich stütze mich drauf. Ich stütze jetzt gerade auf jemanden drauf. Ja, witz du da. Sehe ich. Das sind 3-Wall. Jagd geht über Lisa. Ja. Okay. Ich bin jetzt auch der Höchste aus dem Pott. Vorsicht. Dahinter ist noch, äh, noch eine Gegner-Maschine. Die guckt jetzt umher. Ja. Ja, ja. Ich gehe ganz, ganz hoch wieder. Ich glaube, die LR5. Ah, da kommt mir eine LR5 entgegen, ja. Genau. Ja, die meine ich. Ähm, ich gehe die an. Watt, bist du gerade hoch? Ja. Vertikal. Der steigt dir nach. Oh, ja, das ist schön. Vorsichtig. Kann man gern probieren. Oh, shit. Da ist noch eine LR5. Fuck. Genau. Ja, ja. Mach die weg, mach die weg, mach die weg. Schnell, 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 schnell. Bitte, bitte, bitte. Treffer? Oh, guter Treffer. Danke, danke, danke. Der ist, glaube ich, ja, ich weiß nicht, ob der hinüber ist, aber der hat auf jeden Fall keinen Hunger mehr, ja. Dankeschön, den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich gesehen, als Ersten, ja. Der haut ab. Da können wir uns ja mal proknüpfen. Da sind noch zwei weitere am Deck. Genau, ja, ja, die schießen sich. Ja, ja, ja. Die sind Gegner. Hast du noch ein Auge auf den Rauchhänden? Der ist jetzt abgedrückt. Ah, ja, sehe ich, sehe ich. Da ist ein Sturm. Ja, da ist ein Gangbang hier. Oh, ich werde zu schnell. Das ist ein Gegner? Ja, ja, ja. Ich habe die gerade angestürzt, aber ich habe mal zu schnell. Sind jetzt alle am Deck, aber ich werde jetzt mal hochsteigen, das wird mir alles zu grenzlig hier. Ja, ja, ja. Vor allem, wir kommen, glaube ich, auch immer weiter ans Gegnerische Flugfeld ran. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich sehe hier ein paar Code Trails. Oh, ich werde angegangen. Ah, wo bist du? Keine Ahnung. Ja. Ich gehe gerade über Lisa runter. Ich bin auf deiner 3 Uhr, glaube ich. Nee, das ist auch ein Gegner. Fuck. Ah, ja, ich sehe es, ich sehe es. Kurz Nord. Ja, ja, ja. Ihr seid knapp. Ja, der lässt ab, glaube ich. Bist frei. Wackel mal kurz, gehen wir mal kurz überrollen. Ja, ich bin auf deiner 9 Uhr, glaube ich. Ja, okay, gut, dann. Ich habe dich gerade auch bewechselt mit dem Gegner, in der Panik. Ja, der Gegner ist knapp unter Contrail. Jetzt zieht er wieder Contrail durch. Ihr geht gerade irgendwie hoch, ja. Ich mache mal kurz Höhe abseits. So drauf, oder? Ja, ich werde nicht mit dem Gegner gehen, mein Danke. Ja, ich bin jetzt schon wieder höher. Kann den also quasi jetzt in Zeit... Was? Ja, trifft mich natürlich. Stainizer Rods jammed. Motor kaputt. Ja. Geil. Nein, Motor ist nicht kaputt. Oder? Doch. Fuel Tank Hit. Nein, Fuel Tank. Aber ein Flügel ist komplett zerfickt. Ich zieh den mal. Jo. Noch mal meinen Motor. Okay, ich warte dann eine 109, die nur 90, äh 190 angeht. Sehr viele Experten wieder. So, ich bin gerade im Ändernflug. Ja. Boah, meine Hühnbruder hat anscheinend noch irgendwas abbekommen. Ich habe gerade einen ziemlich harten Aufprall gehabt, aber ich... Die Maschine ist noch halbwegs ganz, also nicht mehr verschieden als vorher. Ja. Äh, meinst du nicht, dass der Stabilizer Rod irgendwie was abbekommen hat? Ja, Stabilizer Rod. Aber das ist doch eigentlich nur die Höhenrotortriebung, oder nicht? Mhm. Ja, aber ich glaube, wenn da eine Sache beschädigt ist, dann geht da ordentlich... Also... Okay. Der Schaden, der dir angezeigt wird im Cockpit, ist nicht gleich den kompletten Schaden, den du hast. Das ist nur eine grobe Richtung, wo was getroffen hat. Okay. Ja, ich bin auf jeden Fall halt zum Platz und mir das rausgerollt. Ich stehe jetzt im Schnee. Das war der Du hast in eine Rede nach Linkedui an, aber schon zu reden. Oh, nein. onia- Wir haben alle Zeit in den Assenstern im National곳�자. Ich bin ziemlich ein caught, aber sag mir Ahora ohne, komm! Ich mache das noch da und das nicht mehr so. Ich mache die Amagerung los... Oh, nein...